Wir sind heute wieder für Wiesengaudi TV unterwegs und wir sind im wunderschönen Käferzelt hinter mir, die tolle Bavaria zu sehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was heute so los ist da hier denn. Hier ist eine wunderschöne junge Dame. Ich frage einfach mal, wo sie her ist. Woher kommen Sie aus? In Mozambique. Ist es Ihre erste Zeit bei Oktoberfest? Ja, eigentlich ist es die zweite Zeit. Die zweite Zeit. Und wie magst du es? Ich liebe es. Ich liebe es. Deswegen komme ich hier mit Freunden und wir haben eine gute Zeit. Es ist großartig. Und sehen Sie eine Unterschiede zwischen dem ersten Oktoberfest und dem zweiten? Ja, ein bisschen. Und was möchtest du die meisten von Oktoberfest? Es ist, dass die Leute sehr flirte und sehr lustig sind. Was trinken Sie? Ich trinken Champagne. Du bist so großartig. Ich weiß. Und so großartig. Und so großartig. Und so großartig. Und so großartig. Und wie bekommst du eine Dürndel in deinem Größe? Well, Lord & Frye hat die beste Dürndel. Ich kaufe sie dort. Und jetzt eine Frage. Was denkst du über meine Lederhosen? Ist es okay? Ich liebe es. Aber ich möchte das nächste Jahr kaufen. Nächste Jahr werde ich eine Lederhose tragen. Und ich bin sicher, dass es dir sehr gut aussieht. Und die Leute werden mir nicht alleine lassen. Die Leute werden mir nicht alleine lassen. Ich bin Angst. Mein Freund sagt mir immer, du kannst nicht mit deinen Lederhosen gehen, wenn ich nicht mit dir bin. Oh, ja. Er ist sicher. 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 Und mit jemandem bist du hier? Ich bin mit einigen Freunden. Danke dir so. Danke dir so. Have fun. Danke dir sehr. Bye.